Du hast einen spannenden Interviewgast für deinen Podcast gewinnen können. Dann erst einmal herzlichen Glückwunsch dazu. Wie du jetzt dieses Interview professionell aufnimmst, das erfährst du in diesem Video. Hi, mein Name ist Kurt Wojcicki, ich bin Sprecher und Produzent aus Berlin. Und in diesem Video erkläre ich dir, wie du Podcast-Interviews ganz einfach selbst aufnehmen kannst. Das ist inzwischen gar nicht mehr so schwierig und kann auch von Einsteigern mit einer guten Anleitung relativ einfach bewältigt werden. Grundsätzlich gibt es da zwei verschiedene Herangehensweisen, die sich technisch deutlich unterscheiden. Das erste ist die sogenannte Vor-Ort-Aufnahme. Vor-Ort-Aufnahme bedeutet, dass du dich direkt face-to-face mit dem Gast triffst, um das Interview aufzunehmen. Das kann entweder bei dir in deinem Büro oder Studio sein oder bei dem Gast zum Beispiel zu Hause oder in der Firma oder wo auch immer. Ihr seid auf jeden Fall räumlich am gleichen Ort und müsst kein Tool verwenden, um euch zueinander zuzuschalten. Die zweite Variante, das sogenannte Remote-Interview, wird gerade jetzt in diesen Corona-Zeiten immer beliebter. Das bedeutet ganz einfach, dass euer Gast an einem anderen Ort sitzt. Das kann überall auf der Welt sein und ihr einfach nur über eine Audio-Verbindung miteinander verbunden seid und euch darüber gegenseitig hört und auch aufzeichnet. Zunächst erst einmal zum Vor-Ort-Interview. Das ist ein bisschen einfacher vom ganzen Ablauf, weil ihr nicht dafür sorgen müsst, dass beim Gast die Technik funktioniert, sondern ihr eure Technik ja schon selbst dabei habt und im Prinzip selber darauf achten könnt, dass alles rund läuft und der Gast kann sich dann ganz entspannt zurücklehnen und einfach das Interview genießen. Die einfachste Möglichkeit, wenn ihr mit einer weiteren Person zusammen aufnehmt, ist hier ein mobiles Aufnahmegerät mit einer SD-Karte. Das ist ein Mikrofon, was ihr in der Hand haltet und dann immer, je nachdem welche Person spricht, hin und her reicht. Da kann ich zum Beispiel die Geräte vom Hersteller Zoom sehr empfehlen, habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ihr bekommt ein einfaches Einsteigergerät von Zoom für um die 100 Euro. Es lohnt sich auf jeden Fall, da ein bisschen Geld zu investieren, weil ihr dann auch wirklich eine gute Soundqualität habt. Ich blende euch hier den Link gleich nochmal unten in der Infobox ein, wo ihr ein solches Gerät kaufen könnt. Die Aufnahme wird dann vom Gerät selbst auf der SD-Karte gespeichert. Ihr könnt sie ganz einfach von der SD-Karte auf den Computer ziehen und dort mit einem kostenlosen Schnittprogramm, wie zum Beispiel Audacity, selbst schneiden. Wie Audacity funktioniert, das erkläre ich euch in einem weiteren Video. Dazu habe ich ein umfangreiches Tutorial gemacht, das würde hier ein bisschen den Rahmen sprengen. Link steht auch wie immer unten in der Infobox. Wenn ihr ein bisschen mehr Investitionsvolumen habt, dann könnt ihr euren Podcast natürlich auch mit einem richtigen externen Mikrofon aufnehmen. Da empfehle ich insbesondere Großmembran-Mikrofone, weil die einen besonders guten Sound haben. Zum Beispiel das Rode NT-USB Mini. Relativ aktuelles Mikrofon, kostet derzeit ungefähr um die 100 Euro, kann ganz einfach per USB an den Computer angeschlossen werden und bietet euch ein Mikrofon. Und das ist ganz wichtig, ein Mikrofon für eine Person. Wenn ihr also zwei Personen seid, also du nicht alleine aufnimmst, sondern noch mit einem Gast zusammen ein Interview führst, dann solltest du auch zwei Mikrofone kaufen. Bei einem Handaufnahmegerät kann man das hin und her reichen. Bei einem fest installierten Großmembran-Mikrofon, da würde ich das lieber nicht empfehlen. Da bräuchtest du dann schon ein zweites Mikrofon. Und dann wären wir auch schon bei einer Lösung, wo das ganze USB-Thema, also ein Mikrofon, was ihr direkt per USB-Kabel anschließen könnt, raus ist. Dann braucht ihr wirklich ein USB-Audio-Interface. Das ist nochmal ein extra Gerät, an das ihr die Mikrofone mit einem sogenannten XLR-Kabel anschließt. Dort könnt ihr allerdings, je nachdem wie viele Kanäle dieses Interview hat, beliebig viele Mikrofone anschließen. Zwei reichen ja erstmal schon mal aus für euch und euren Interviewgast, aber da habt ihr dann größere Flexibilität. Ist allerdings auch mit einem größeren Kostenpunkt verbunden. So ein USB-Interface, zum Beispiel vom Hersteller Focusrite, kann ich sehr empfehlen. Das Scarlett, das startet bei ungefähr 150 Euro. Link dazu auch nochmal unten in der Infobox. Da müsst ihr also wissen, ob ihr das Geld investieren wollt. Natürlich müsst ihr auch noch die Mikrofone dazu kaufen. Alles zum Thema Mikrofone und was es da für verschiedene Arten gibt, da gibt es auch nochmal ein weiteres Video von mir dazu, findet ihr auch unten in der Infobox. Nun aber zur zweiten Variante, weswegen vielleicht auch viele von euch hier sind, nämlich dem Remote-Interview. Das ist für viele ein bisschen mehr tricky, denn ein Remote-Interview ist mit deutlich mehr technischen Schwierigkeiten verbunden. Ihr müsst dafür sorgen, dass die Technik beim Interviewgast funktioniert und bei euch selbst natürlich auch. Zunächst erst einmal braucht ihr ein gutes Aufnahmetool, mit dem ihr die Aufnahme bewerkstelligen könnt. Ganz, ganz, ganz wichtig an der Stelle, bitte nicht Zoom verwenden, bitte nicht Skype verwenden oder diese ganzen anderen Video-Chat-Programme. Die Soundqualität ist wirklich unterirdisch, davon kann ich nur abraten. Es macht keinen Spaß, sich ein einstündiges Interview anzuhören, was über Zoom geführt wurde, weil die Tonqualität bestenfalls einer guten Telefonleitung entspricht. Es gibt viel bessere Tools, die speziell für Podcaster gemacht sind, wie zum Beispiel das in den Grundfunktionen kostenlose Tool Studio Link. Und das werde ich euch jetzt nochmal genauer vorstellen. Das Tool Studio Link könnt ihr, wie gesagt, ganz einfach herunterladen. In den Grundfunktionen ist das auch kostenlos. Klickt ganz einfach auf der Webseite studio-link.de, auf diesen großen Button jetzt herunterladen. Dort findet ihr die Software für verschiedene Betriebssysteme. Ich wähle jetzt mal aus Windows Standalone 64-Bit. Dann öffnet sich hier dieses Download-Fenster, das ist eine Exe-Datei, die könnt ihr speichern. Und das Besondere hierbei ist, ihr müsst die nicht mal installieren. Und auch euer Gesprächspartner muss die nicht installieren, sondern es reicht ganz einfach, diese Software hier aus den Downloads sich zu nehmen, mit einem Klick auszuführen. Kann sein, dass die Firewall sich meldet, das passiert schnell mal. Und dann seid ihr auch schon drin. Genau, wie gesagt, Firewall habt ihr gerade eben gesehen hier. Das ist immer so eine kleine, ja, Hürde in manchen Firmen. Manche Firmen haben da so bestimmte Restrictions und lassen bestimmte Programme nicht zu. Das sollte man vorher mal checken, notfalls einfach dann über einen Privatlaptop das Interview führen. Das geht ja auch. So, jetzt habt ihr hier diese Startoberfläche von Studio Link, so sieht die aus. Und hier oben bei Audio Interface findet sich der erste wichtige Button. Wenn ihr auf diesen Button Interface draufklickt, dann könnt ihr hier einstellen, welches Mikrofon ihr verwenden möchtet. Das ist hier bei Input. Bei Input klickt ihr dann auf den Namen eures Mikrofons. Das kann jetzt zum Beispiel, wenn ihr ein USB-Mikrofon habt von Rode, steht dann da Rode NT-USB. Oder bei mir, ich habe jetzt hier noch eine Webcam angeschlossen, steht hier USB-Live-Kamera. Die wollte man natürlich nicht nehmen, die hat kein gutes Mikrofon. Nein, wir nehmen das Interface Focusrite USB. Da ist mein professionelles Großmembran-Mikrofon angeschlossen, was ihr hier seht. Und Input-Channel ist der Channel 0, denn das Interface hat nämlich zwei verschiedene Channels. Wenn ihr mit mehreren Gästen aufnehmt, dann mixt ihr einfach beide Channels. In dem Fall bei mir ist es jetzt aber nur ein Mikro und deswegen nur den Channel 0. Output, das ist das Gerät, über das ihr den Sound dann hören wollt, den euer Gesprächspartner euch schickt. Also wenn der mit euch redet, in dem Fall auch bei mir Focusrite USB. Also das ist hier mein Interface, wo ich auch die Kopfhörer angeschlossen habe, die ihr hier sehen könnt. Wenn ihr jetzt ein USB-Mikrofon habt, was selber einen Kopfhöreranschluss hat, zum Beispiel, wie gesagt, das Rode NT-USB oder das USB-Mini, dann könnt ihr hier natürlich dieses Mikrofon auswählen und darüber den Sound hören. Driver hier oben, bei Windows immer Wasabi voreingestellt. Bei Mac OS gibt es dann nochmal andere Treiber, die da zur Auswahl stehen, aber das Ganze sieht alles sehr ähnlich aus. Close und damit sind die Einstellungen abgeschlossen. Ihr seht jetzt, wenn ich nicht spreche, bewegt sich dieser grüne Zeiger hier nicht und wenn ich spreche, dann geht der Ausschlag nach oben bis in den gelben Bereich. Das ist völlig okay. Rot werden sollte es nicht, dann haben wir eine Übersteuerung, aber hier passt das alles noch. Jetzt seht ihr hier auf der rechten Seite das sogenannte Telefonfeld, nenne ich es immer. Hier Your ID, das ist eure eigene Studio-Link-ID. Bei mir, weil ich jetzt einen Bezahl-Account habe, ist das hier ein richtiger Name. Im Standardfall steht da einfach eine Wirre-Kombination aus Zahlen und Buchstaben, die aber unique ist. Das ist sozusagen eure Studio-Link-Telefonnummer und diese Telefonnummer kann ganz einfach von eurem Gesprächspartner angerufen werden. Wenn ihr hier bei Enter Partner-ID klickt, könnt ihr die hier eingeben oder andersrum, ihr fragt euren Gesprächspartner einfach nach seiner Partner-ID, die er hier oben sieht, gebt die hier ein und ruft ihn darüber an. Ich gebe jetzt mal zum Test den Echo-Account ein. Das kennt ihr vielleicht von Skype. Das ist einfach nur eine ID von Studio-Link, die das Signal, was ich Ihnen sende, mir wieder zurückgibt. Jetzt klicken wir auf Call. Zack, und das Gespräch wurde auch schon angenommen. Und ihr hört mich jetzt doppelt. Warum hört ihr mich doppelt? Weil das, was ich sage, vom Gesprächspartner hier, in dem Fall mit der ID Echo, wieder zurückgeschickt wird. Wenn ihr jetzt einen anderen Gesprächspartner habt, braucht er natürlich das gleiche Setup wie ihr. Ich mache es mal aus. Hier ist der Auflegebutton. Zack, dann braucht er natürlich das gleiche Setup wie ihr. Also er braucht auch ein USB-Mikrofon, was er anschließt, oder ein anderes Setup, was er hier auswählen kann bei diesem Interface-Feld und kann dann ganz einfach mit euch sprechen. Und wie ihr jetzt schon gehört habt gerade eben, die Soundqualität, die ist wirklich sehr gut. Also ihr könnt hier auch mehrere Partner anwählen. Also ich gebe jetzt mal ein Echo, die wir gerade eben schon hatten, die mir jetzt mein eigenes Signal zurückgeben. Dann gibt es jetzt noch Music zum Beispiel. Das ist auch so ein Testkanal. Das sind die Testkanäle, damit könnt ihr die Verbindung testen. Aber so seht ihr mal, wie das Ganze funktioniert. Diese Remote-Tracks hier, da könnt ihr bis zu sechs verschiedene Teilnehmer reinnehmen, die ihr dann alle hier aufnehmen könnt. Und das Besondere, jetzt kommen wir zur Aufnahme. Wenn ihr hier auf Record klickt, auf diesen Button hier oben, und der rot leuchtet, dann öffnet sich hier ein Ordner. Und in diesem Ordner werden eure Aufnahmen gespeichert. Local, das ist eure eigene Aufnahme, eure eigene Tonspur. Remote-Track 1 ist hier der erste Gesprächspartner. Und wenn ihr jetzt noch mehrere andere Gesprächspartner hättet, dann wäre das Remote-Track 2, 3, 4 und so weiter. Wir sind jetzt mal mit unserem Interview fertig, mit unserem gespielten Interview. Klicken deswegen nochmal auf Record. Zack, damit ist die Aufnahme beendet. Den Gesprächspartner werfen wir jetzt hier raus. Klick. Studiolink machen wir jetzt hier mal wieder zu. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Was ihr allerdings beachten müsst, ist, dass diese Aufnahmen im sogenannten Flag-Format gespeichert sind. Das ist ein besonders, ja, ein Format mit geringer Dateigröße, was die Dateien komprimiert, trotzdem eine gute Qualität hat, aber nicht von jedem Programm gelesen werden kann. Deswegen nehmen wir uns diese Dateien, markieren die alle und bearbeiten diese, konvertieren diese mit dem Programm LameXP. Da gibt es auch ähnliche Programme für macOS. Ich gehe jetzt erstmal hier nur auf Windows ein. Und konvertieren diese Dateien ins Wave-Format. LameXP gibt es auch kostenlos zum Download. Den Link kann ich euch auch nochmal unten in die Infobox reinpacken. Die Dateien werden jetzt hier reingeladen. Jetzt klicken wir auf jetzt kodieren und dann werden die ganz einfach in Wave-Dateien umgewandelt. Ihr habt gesehen, wie schnell das ging. Eine Sekunde, da waren wir schon fertig. Programm Ende. Schließen wir das Ganze und wir öffnen jetzt wieder Audacity. Audacity kennt ihr ja schon als sehr flexibles, kostenloses Audioschnittprogramm. Das hatte ich euch schon mal vorgestellt in einem anderen Tutorial. Den Link hier unten auch nochmal in der Infobox für euch, wenn ihr euch da einarbeiten möchtet. Ich will euch jetzt nur ganz kurz zeigen, wie ihr diese Aufnahmen, die ihr gerade mit Studio-Link gemacht habt, in Audacity reinbekommt. Das geht ganz einfach. Ihr habt jetzt hier einmal diese Flag-Dateien. Das seht ihr, wenn ihr drüber fahrt. Die wollen wir nicht. Wir wollen nur diese Wave-Dateien. Das ist dann immer hier die zweite. Local.Wave, RemoteTrack1.Wave und so weiter. Wir hatten jetzt nur zwei Tonspuren mit unserem einen Fake-Gesprächspartner. Deswegen ziehen wir uns nur diese beiden jetzt hier per Drag & Drop rein. Kopieren die vor der Bearbeitung. Genau. Okay. Und ja, das sind unsere Aufnahmen. Jetzt können wir uns die anhören. Und der Rot leuchtet. Ihr erinnert euch noch an diese Echo-Situation. Das war dieser Echo-Kanal, der im Prinzip mein eigenes Signal nochmal zurückschickt. Und wenn wir uns jetzt mal das Signal einzeln anhören, hier RemoteTrack1 alleine und der Rot leuchtet, dann öffnet sich hier ein Ordner. Da merkt ihr schon, die Tonqualität, die ist echt sehr, sehr gut. Studio-Link hat eine Qualität, die bei weitem über Zoom, Skype oder anderen Tools liegt. Deswegen kann ich das für Podcast-Interviews einfach nur empfehlen. Und vor allem auch, weil es kostenlos in der Basisversion ist, das ist auf jeden Fall meine Wahl für Interviews. Warum ist das so? Studio-Link schickt die Ton-Streams direkt von Computer zu Computer. Die gehen also nicht an irgendeinen Server zwischendurch, sondern die werden direkt zwischen den Computern übertragen. Und da gibt es natürlich keine Bandbreiten-Probleme, außer euer Gesprächspartner ist in einem langsamen WLAN oder so. Das kann natürlich ein Fallstrick sein. Achtet da also immer auf eine stabile Internetverbindung, aber ansonsten sollte es da keine Probleme geben. Und kleiner Tipp, euer Gesprächspartner kann natürlich auch in Studio-Link auf diesen Record-Button klicken und dort selbst auch das Interview aufzeichnen. Also für den Fall, dass bei euch die Aufnahme zwischendurch mal abstürzt, ist es immer sehr ratsam, dass der Gesprächspartner auch nochmal parallel aufnimmt und euch die Datei dann zum Beispiel per V-Transfer schickt oder so. Das war es erstmal zum Thema Studio-Link. Kurze Einführung dazu. Natürlich ist dann vieles auch ein bisschen mit Rumprobieren verbunden. Also schaut einfach mal, was für euch die besten Einstellungen sind. Und eine Sache möchte ich noch sagen, viele Gesprächspartner haben heutzutage schon eigene Headsets oder eigene Mikrofone zu Hause, weil die meisten schon mal ein Podcast-Interview gemacht haben. Gerade so im Professional-Bereich haben viele schon eigene Mikros. Weist sie immer aktiv darauf hin, wirklich das beste Mikrofon zu verwenden, was sie da haben. Oder wenn der Gesprächspartner zum Beispiel ein Gamer ist, kann er ruhig auch sein Gaming-Headset mal ausprobieren. Die haben meistens auch ziemlich erstaunlich guten Sound. Für ein Podcast-Interview sollte das dann zumindest bei einem kürzeren Gespräch reichen. Und es ist auf jeden Fall besser als irgendeine Verbindung über Zoom oder über Skype oder sonst was. Und jetzt in dieser Zeit natürlich auch einfach sicherer und mit weniger Aufwand verbunden, da man sich nicht immer persönlich vor Ort treffen muss. Du möchtest das ganze technische Thema lieber an einen externen Experten auslagern? Dann schau gerne mal auf meine Webseite quadcreative.de oder unter dem Link hier in der Infobox. Dort findest du weitere Informationen zum Thema Podcasting, zu den Podcasting-Services, die ich dir anbieten kann, um dich bei deiner Podcast-Produktion zu unterstützen. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne mal einen Kommentar da, was dein technisches Setup ist. Das würde mich sehr interessieren. Und abonniere gerne den Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017